Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aron Schmidt. Das Parlament hat für diese Woche eine zweitägige Dringlichkeitssitzung angesetzt. Bei dieser sollen die Abgeordneten unter anderem über die Vorlage zu dem im Grundgesetz neu geregelten Notstandgesetz, in dem auch die Gehälter von Kabinettsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern festgehalten werden, abstimmen. Der Zustrom der Geflüchteten aus der Ukraine reißt nicht ab. Ab Sonntag haben erneut bis zu 11.000 Personen die Grenze zu Ungarn passiert, zum Teil aus Richtung Rumänien. Immer mehr Binnenflüchtlinge in der Ukraine planen, das kriegsgeplagte Land verlassen zu wollen. Viele von ihnen, die im westlichen Transkarpathien verharren und schon seit Monaten versuchen, den Krieg zu überstehen, kommen über die ungarische Grenze. Hier werden die Geflüchteten in den aufgestellten Hilfszentren erwartet und entsprechend versorgt. Seit Kriegsbeginn haben in Ungarn bis zu 25.000 Personen einen Asylantrag gestellt. Die Leistung der ungarischen Wirtschaft steige weiter, die Zahl der Erwerbstätigen habe ein Höchststand erreicht und auch bei den Steuervermeidungen zeige sich eine rückläufige Tendenz. Somit rechte man trotz Steuersenkungen beim nächsten Haushalt mit steigenden Steuereinnahmen. So der Finanzminister in seinem via Social Media veröffentlichten Eintrag. Mihai Varga ergänzte, im Vergleich zum Vorjahr seien die Hauptsteuereinnahmen des Budgets im Mai auch bei den Steuersenkungen um 23 Prozent gestiegen. Sollte die EU mit Südostasien nicht eng kooperieren können, so würde sie einen erheblichen Wettbewerbsnachteil gegenüber seinen globalen Konkurrenten erleiden. Darüber sprach der Minister für Außenwirtschaft und Auswärtiges an einer internationalen Beratung in Prag. Peter Seato ergänzte, dass Ungarn auf diesem Gebiet wesentliche Fortschritte erzielt habe. Der Handelsverkehr mit dem südostasiatischen Raum habe im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht, so Seato. Jener Waffendieb, der vor einer Woche eine Handwaffe aus einem Familienhaus gestohlen hatte, wurde am Montag bei einer koordinierten Aktion der Polizei sowie der Terrorabwehrzentrale festgenommen. Jolt S. und sein Arbeitskollege waren im Haus einer Familie aus der Ortschaft Korpuschwö mit einem Gelegenheitsjob beauftragt, als die beiden Männer nach der Arbeit die Waffe, wofür der Besitzer eine Erlaubnis hatte, gestohlen hatten. Gegen den 36-jährigen Mann haben die Behörden ein Strafverfahren wegen Diebstahls sowie Missbrauchs von Schusswaffen und Munition eingeleitet. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.